In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich und herzlich willkommen auf der YouTuber-Insel 1. Was ist denn hier los? Wir sind auf der YouTuber-Insel 1 nach 365 Tagen mit meiner Freundin Flauschi. Hey Flauschi, ich freue mich, dass du da bist und dass wir mal wieder ein erneutes Lucky Block Race machen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir sind hier OG, YouTuber-Insel 1. Schreibt in die Kommentare, wer es geschaut hat und wer es noch kennt. Und ihr seht, es ist hier schon eine sehr, sehr krasse Lucky Block Map. Und hier steht was. YouTuber-Insel 1 Lucky Block. Drücken zum Starten. Flauschi, wie sieht es aus? Bist du ready? Ich bin bereit. Let's go. Okay, und wenn ihr bereit seid, schaut das Video bis zum Ende und lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Flauschi, schau mal in die Kiste hinter dir. Äh, stimmt. Oh, warte. Creative aus, Mann. Okay, Leute, ab jetzt geht es wirklich los. So, hier, Kiste, bam. Und okay, ich bin ready. Ich bin ready. Roter Beton. Oh, ich auch. Oh Gott, ich habe keine Blöcke. Ein Stack. Wie? Warte, hole ich mir kurz. Warte. Okay, habe ich. Okay, Flauschi, ich will nur sagen, ich freue mich sehr, dass wir wieder ein Lucky Block Race machen. Und zwar auf der YouTuber-Insel 1 mit meiner Freundin. Ich freue mich sehr, Flauschi. Danke, dass du dabei bist. Aber ich muss dir sagen, so sehr ich dich mag, werde ich dich jetzt besiegen. Denn es geht um 100 Millionen Euro im Real Life. Oh, so viel. Was? Der Gewinner kriegt 100 Millionen Euro. Okay, drück, wenn du ready bist. Ich habe gedrückt. Okay, ich auch. Was ist das? Ein Countdown? 3, 2, 1, let's go. Hast du Aufnahme gestartet? Okay, let's go. Ja. Oh mein Gott, ich dachte, da kommt gar nichts. Okay, bringt nichts. Weiter geht's, weiter geht's. Jo, wichtig, wichtig. Äh, ich muss ihn holen. Ich muss ihn holen. Was passiert da? Ich habe einen Diablock-Flausch. Wenn ich jetzt einen Händler bekomme, dann weißt du, was passiert. Denn dann kann ich mir richtig krasse Sachen erhandeln bei dem. So, Diablock, neun Diamanten. Ihr wisst, wie es läuft. Oh, ich habe einen Kuchen. Da ist ja die Paule deiner Limo, du hier. Oh mein Gott, aaaaaaaaaaah. Oh, Mann, ey. Okay, ich bin das erste Mal da umgegangen. Nein, ich kriege den noch gar nicht weg. Oh, Diablock. Was war, was ist los? Ach, nix. Du hast ein Killer-Hähnchen. Killer-Kaninchen, nicht Hähnchen, Kaninchen. Was hast du? Ey, was? Was machst du, Kaninchen? Bei mir ist irgendwas. Hier fliegt so ein Typ rum mit einem Skelettpferd. Warte, hier irgendwo war der. Ja, der ist unter dir. Was macht der? Ich sehe ihn nicht. Ich jump, ich jump, ich jump schnell. Ich jump schnell. 20 Diamanten. Ey, bitte, ich brauche den Händler. Oh mein Gott, Diamant-Axt. Das heißt, wenn ein Flausch ein Schild hat, kann ich sehr gut kontern. Es geht jetzt darum, so schnell wie möglich die beste Rüstung zu bekommen. Was ist das denn? Hier sind Llamas. Ich checke die nochmal aus. Also Leute, ihr kennt Lucky Block Race hoffentlich. Es geht darum, die möglichst besten Rüstungsteile zu bekommen, möglichst besten Waffen, um dann im finalen Kampf zu gewinnen. Es gibt zwei oder drei Runden und der Gewinner kriegt 100 Millionen Euro. Was steht hier? Gar nichts, hä? Okay. See-Laterne habe ich bekommen. Kaninchen. Was ist das denn? Ich kriege hier nur Müll, Flauschi. Oh, oh. Look up. Was ist da? Oh, oh. Da war ein Amboss. Das war die Amboss-Strafe. Flauschi, wie sieht es bei dir aus? Du bist schon voll weit. Ina, ich räume gerade Müll weg von mir. Rush doch nicht so durch. Oh nein, wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Oh, oh. Okay, okay. Ich darf keine Zeit verlieren. Jetzt hier schnell hoch, schnell hoch. Weiter, weiter, weiter. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Hero Leggings. Ich habe eine Hero-Hose bekommen. Wichtig, Leute. Ich habe schon Hero-Schwert. Ja, okay, aber Hero. Okay, Feierabend. Das war's, das war's, Flauschi. Jetzt war's das. Ich habe 29... Nein, der hat nur Waffen und keine Rüstung. Ich hätte gerne die Rüstung gehabt. Aber ich nehme hier... Was nehme ich hier? Glück drei. Nein, Schwung. Ich nehme hier die Hero-Axt, weil die macht noch Schaden. Ich habe Mr. Rainbow. Was hast du? Mr. Rainbow. Ey, das ist mein Schaf. Warum hast du das? Das ist mein Haustier. Wichtig, Enderperlen. Wichtig, wichtig. Doch, Enderperlen. Kurz aufräumen. Ganz schnelle Welle. Lass sie mal alle aufstehen hier. Dann können wir helfen, wenn du mich angreifst. Okay, weiter geht's. Bis jetzt nicht so gut. Oh mein Gott. Ich habe einen Dreizack bekommen. Ich bin ein Dreizack, Bruder. Und ihr seht es schon hier unten. Ich habe die... Erflauschi, die muss die Map auch zeigen. Wir sind hier über Paulberger Hills auf der OG-Youtuber-Insel. YouTuber-Insel 1. Ihr kennt sie natürlich. Und... Nein. Nein. Ich muss hier raus. Geh, geh, geh. Lava, Lava, Lava. Bitte raus. Bitte, 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 bitte. Bitte Wasser. Bitte Wasser. Ich habe kein Wasser. Ich habe kein Wasser. Enderperle. Enderperle. Werfen. Das war's. Kann ich was machen? Machst du da? Frag einfach nicht. Ein bisschen Kopfschmerzen gerade. Ich habe aber schon eine Axt und einen Bogen, Flauschi. Und die Hose. Ich glaube nicht, dass du eine Chance hast. Das könnte aber knapp werden. Was sagst du dazu? Ja, ja. Kann knapp werden. Ich muss ihn aber runterschmeißen, Leute. Warum? Lass den Villager da. Nein, schon weg. Och, Mann, ey. Na gut. Ich habe keine Dias gehabt. Also, wir hatten ja schon im letzten Video ein Lucky Block. Rays, jetzt fragen sich schon Leute so, hä, warum nochmal Lucky Block? Das ist aus dem einfachen Grund, Leute, weil ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Weil ihr es gefeiert habt. Deswegen machen wir es nochmal. Das kam sehr, sehr gut an. Deswegen machen wir es direkt nochmal. Und sogar hier, nach 365 Tagen auf der... YouTuber Insel 1. Oh, mein Gott. Ich bin fast am Ende. Lucky Bogen nochmal bekommen. Wichtig. Oh, er verkauft wieder nur Waffen. Da war nämlich der Villager. Ken, ich bin fast am Ende. Du musst reinlangen. Okay, ich rush durch. Ich rush durch. Ich rush durch. Ich warte noch ein bisschen auf dich. Hä, wer ist denn Bob? Oh, mein Gott. Ah, hey. Oh, Mann, ey. Ich habe kein Schwert. Und das könnte mir jetzt tatsächlich zum Empfängnis werden. Leute, ihr versteht sich. Es geht um 100 Millionen Euro. Es werden immer mehr, Flauschi. Checkst du das? Ich bin fertig. Ich habe den letzten Block abgebaut. Fertig. Ich gehe ins End. Ich gehe ins End. Hast du gedrückt? Ja. Och, Mann. Das heißt, jetzt geht es zum Rennen. Äh, zum Kampf. Und der Gewinner kriegt einen Punkt. Okay, Flauschi. Ich würde sagen, wir gehen jetzt... Ich gehe noch mal lang. Nein, Kelly, lass das. Ja, wir gehen jetzt zur Arena. Let's go. Und hier geht es schon los. Das Finale. Na, das ist nicht mal das Finale. Flauschi, das rede ich. Das ist das Finale von der ersten Runde. Der erste Kampf. Wer gewinnt die erste Runde, bekommt den ersten Punkt. Wir werden es jetzt erfahren. Flauschi, bist du ready? Ich bin bereit. Dann geht es los in drei, zwei, eins. Let's go. Bitte mach mir nix. Okay, sie baut sich... Hä, was baut sie sich da? Nein, hast du einen Bogen? Nein. Hä? Was hast du gemacht? Lass mich in Ruhe. Hat sie sich eingebaut? Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Flauschi? Au. Aua, okay, okay, okay. Der Kampf geht los, der Kampf geht los. Oh mein Gott, die macht voll Schaden. Ja. Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Okay, easy. Aber mir gibt Fallschaden. Gibt keinen Fallschaden. Was machst du da? Du haust ja nur ab. Was soll da? Okay, erst mal was essen. How can you? Och, Mann, ey. Es hat gelaggt, aber ich bin down gegangen. Flauschi hat fair gewonnen. Och, Mann. Ersten Punkt für Flauschi, aber es ist noch nichts verloren. Jetzt geht es hier schon los in Runde zwei. Och, Mann, ey. Okay, Flauschi, die zweite Runde kann beginnen. Okay. Eisen, Spitzhack, okay. Ich bin bereit. Schreibt in die Kommentare. Was denkt ihr, wer gewinnt jetzt? Wenn du bereit bist, drück den Knopf. Okay, drei, zwei, eins. Let's go. Es geht los. Wir können uns be... Oh, eine Kiste? Oh, mein Gott. Nein. Jetzt hat sie schon... Diablox. Ich habe hier nur Müll drin. Den brauche ich gar nicht. Obwohl, könnte ich die zusammencraften? Nee, brauche ich nicht. Okay, weiter geht's. Wichtig, Leute. Ich habe hier nur eine volle Rüstung bekommen. Komplett... Oh, nein. Das dauert ewig. Das dauert jetzt richtig lange. Okay, schnell verbrennen. Schnell respawn. Schnell respawn. Oh, Mann, ey. Okay, Flauschi, ich bin gespannt, weil wenn du jetzt nochmal gewinnst, dann kann ich theoretisch nicht mehr gewinnen. Das heißt, ich muss jetzt aufholen. Oh, ah, runtergeflogen. Ich muss jetzt gewinnen. Ich muss jetzt gewinnen, genau. Ich muss jetzt gewinnen. Ich habe einen Hero... Aber ich habe Essen. Ich habe eine Hero-Sache bekommen, Candy. Was hast du denn bekommen, Flauschi? Den Hero-Bogen, aber ich habe keine Pfeile. Och, Mann, ey. Okay, weiter geht's. Hä? So. Hier, Lucky Block abbauen. Ich habe krassen Hut bekommen. Was ist das? Ah! Schnell gucken. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott. Leute, Lucky Block ist immer so spannend. Man weiß nie, was passiert. Hier steht was drauf. Der ist your problem. Ich habe ein Problem, steht da. Ey, selber. Das haue ich dir gleich so rein. Hä? Du hast einen Creeper-Kopf. Ja. Wow. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Wow. Oh, hier nochmal. Ah! Ich habe einen Lucky Block bekommen. Ich fall ständig runter. Flauschi, du musst doch wirklich hier mal die Map zeigen. Wir sind echt... Da ist meine... Oh, mein Gott. Da ist mein Haus. Wenn ich das so sehe. Das war meine Yacht gewesen. Die habe ich mal gebaut. YouTuber-Insel 1. OG, YouTuber-Insel. Ich bin sehr... Flauschi, du darfst dich verstehen. Äh, du darfst dich vergessen. Das kann uns niemand mehr nehmen. Unser Leben lang werden wir Teil der YouTuber-Insel 1 sein. Das stimmt, boah. Ich kann verzaubern. Ohne Zaubertisch aber. Ganz viele Dias bekommen. Sehr wichtig, sehr wichtig. So. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Items bitten. Das heißt, wir brauchen jetzt Diamanten. Ganz, ganz dringend. Da ist ein Diamantblock bei Flauschi. Ich werde jetzt rüberklettern mit dem Clown. Ganz, ganz klare Sache. So. Wir gehen jetzt hier einmal rüber zu Flauschi. Warte ich. Entstumme ich mal, damit ihr mich da hört. So. Flauschi, wie sieht's aus? Ich baue mich gerade zu einem Diablock hoch. Ich wollte mich zum selben Diablock bei dir hochbauen. Oh, hey. Oh, Mann, ey. Das ist Karma. Das war Karma, Leute. So, weiter geht's, weiter geht's. Ich habe nämlich so eine kleine Taktik jetzt dazu bekommen. Ich muss meine Sachen wegschweißen. Oh. Ich habe 20 Suppen in der Tasche, ey. Ich habe ganz viele Bücher bekommen. Oh mein Gott, TNT bei Flauschi. Ich werde jetzt immer ein paar Sachen wegwerfen. So, was haben wir denn hier? Schärfe brauche ich. Schärfe, Schärfe, Schärfe. Federfall, nee. Unendlichkeit. Nee, bringt mir alles nix. Das habe ich schon wieder. Jetzt habe ich das ja zweimal. Dreimal. Was soll das? Was hast du bekommen, Flauschi? Ach, nix. Au, aua, aua, aua. Wither's Cop? Wither, Wither Kopf. Wither's Cop. Hashtag Wither's Cop in den Chat auf jeden Fall. Wither's Cop. Wither's Cop. Nein. 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 Mir ist ein Hero-Helm runtergefallen. Oh. Oh, nee. Weil ich ein volles Inventar hatte. Mir ist ein kompletter Hero-Helm runtergefallen. Das gibt es doch nicht. Das ist ja gut, can you? Oh, Mann, ey. Aber ich habe die Chestplate noch bekommen. Oh, der Helm hätte echt geholfen. Oh. Ich habe gerade auf die Schieße und dann musst du explodieren. Der Helm hätte sehr, sehr krass geholfen. Das wäre, ich glaube, das war jetzt der Win gewesen. Denn wenn Flauschi jetzt gewinnt, dann kann ich nicht mehr aufholen. Und Flauschi ist damit die Siegerin dieses Lucky Block-Duells. Ja, da. Du hast keine Chance, Candy. Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich habe kein Schwert. Gar nicht. Eine Waffe habe ich. Doch, ich habe eine Waffe. Oh, Mann, ey. Aber ich habe nur 24 Pfeile. Ach, da ist Infinity drauf. Okay. Ich habe keine Waffe. Ich kann Flauschi quasi jetzt gleich nicht angreifen. Ich muss jetzt... Flauschi, aufhören. Aufhören. Aufhören, Flauschi. Aufhören. Lieg runter. Hör auf. Ich habe doch schon nichts. Äh. Oh nein, hier habe ich etwas Wichtiges gedroppt. Was denn? Ey, Flauschi. Erst mal in Warte. Ey, man kriegt so viel Müll hier einfach. So, aussortieren. Aber... Ich habe eine kleine Taktik hier bekommen gerade. Das werfe ich direkt zu Beginn vom Match. Und dann das... Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, 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 okay. Ich muss jetzt einmal wieder nach vorne laufen, weil ich etwas Wichtiges gedroppt hatte. Okay, Flauschi. Ich sage dir ehrlich, ich sage dir ehrlich, es könnte doch was werden. Also, ich bin mir ein bisschen unsicher noch. Aber wenn ich jetzt die Taktik... Ich werfe erst das hier, die Zuschauer sehen es. Und dann werde ich diese Waffe hier benutzen. Und dann sollte der Hase eigentlich laufen. Ich glaube, dass ich gewinne schon wieder. Und dann bin ich die Gewinnerin von allem. 100 Millionen Euro bekommst du dann. So, die habe ich gebraucht. Zwei Pfeile. Hör doch, Flauschi. Du ziehst doch nur in die Länge. Nicht runterschießen, bitte. Ich wollte meinen Bogen ausprobieren. Das ist so ein Lucky-Bogen. Weiter geht's, Leute. Ich laufe ganz kurz. Ihr seht gleich, wie ich da bin. Okay, da bin ich wieder. Danke, Flauschi, fürs 8-mal runterballern. Weiter geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Der ist gerade unter... Der Bob heißt der. Der hätte mich komplett erledigt. Der ist nämlich sehr, sehr stark, glaube ich. Herr Flauschi, du hast du nur... Nein! Ich bin schon von leften. Oh, zum Glück habe ich noch einen Block dahin platziert. Das war richtig knapp. In 3, 2, 1, wo... Nein, ich habe keine... Ich muss schnell stopp drücken. Stopp, 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 stopp. Hast du den Knopf gedrückt? Ja, bevor du was gekauft hast. Candy, nein, das darfst du nicht mehr abbauen. Okay, es geht zum Battle. Und jetzt geht es in den wahrscheinlich spannendsten Kampf, den es jemals bei Lucky Block gegeben hat. Und zwar haben wir Flauschi gegen Candy. Die Freund gegen Freundin. Und zwar, Flauschi, ich glaube, es ist sehr spannend, weil wir ähnliches Equip haben. Du hast zwar den Helm und die Brustplatte. Dafür habe ich... Ja. Dafür habe ich aber eine Hose und Schuhe an überhaupt. Und ich sage dir ehrlich, ich habe einen Trank, den ich direkt am Anfang trinken werde, der mich komplett OP macht. Und dann geht es richtig los. Bist du ready, Flauschi? Ich bin bereit. Es geht los in drei, zwei, eins, go. Okay, ich baue mir hier direkt mal so ein Schussding, wo ich dann ballern kann. Trank rein. Oh mein Gott, was habe ich hier alles für Effekte. Voll naschen. So, habe ich dich getroffen? Ja, ich... Oh mein Gott, ich habe voll die negativen Effekte von dir bekommen. Oh nein. Guck, wie hoch ich springen kann. Oh, wow. Flauschi, du ballerst mit TNT. Ich baller alles. Ich habe aber auch immer meinen Bogen. Oh mein Gott, ich bin hinter dir mit einer Enderperle. Wieder hinter dir mit einer Enderperle. Hahaha, ich bin der Beste. Oh mein Gott. Okay, okay. Zum Glück habe ich Unendlichkeit auf dem Bogen. Getroffen? Ich auch. Wie viel AP hast du? Alles. Du lügst. Oh ja. Flauschi lügt, Flauschi lügt. Oh mein, das ist ein Bogenfight, das ist voll langweilig. Okay, ist langweilig, ich mache dich glatt. Ja, let's go. Es steht 1 zu 1. Und damit gehen wir jetzt in die finale Runde um 100 Millionen Euro. Und um den Titel Lucky Block Weltmeister 2023. Hä, was ist denn mein? Okay, weiter geht's. Und wir gehen in die finale dritte Runde. Die letzte Runde. Finale. Freund gegen Freundin. Flauschi, du weißt, ich mag dich immer noch wie an Tag 1 unverändert. Ich mach dich fertig. Aber fertig machen werde ich dich trotzdem so. Bei mir kein Spaß, ich werde dich fertig machen. Ich bin bereit. Gedrück, gedrück, gedrück. Drück diesen Knopf. Okay, let's go, hier hab ich. Okay, let's go, es geht los. Flauschi. Oh, du weißt, das ist eine OP. Was hast du bekommen? Ein OP-Trank. Oh nein, den, den ich vorhin hatte? Ja, diesen Heroes. Oh man, ich bin runtergefallen. Ey, nein, warum benutzt du den selber nicht? Ich habe keine Dias. Ich doch auch nicht. Oh man, okay, jetzt kurz Respawn. Und weiter geht's, da musst du jetzt echt aufpassen. Das ist für dich, ich komme kurz rüber. Bitte nicht runterschubsen, das ist echt wichtig. Hä? So, warte. Was hat sie für mich? So, guck mal hier. Ja? Guck, wie das heißt. Romantische Rose. Oha, danke, Flauschi. Gerne. Danke. Oha, Leute, voll nett. Oh mein Gott, ich habe Dias bekommen. Let's go. Okay, die Rose werde ich natürlich behalten, die werde ich in die Offhand nehmen. Die bringt nämlich Glück. Flauschi. Baby Candy? Ja, was ist das denn? Baby Candy, was ist das? Warum gibt es Baby Candy? Das sieht süß aus, aber. Ich kann ihm die Rüstung wegnehmen. Und meinen eigenen Kopf sogar. Hä, und die Spitzhacke? Ich muss den Zombie runterschiffen. Was bringt Baby Candy denn bitte? Tschüss, Zombie. Okay, naja, weiter gehst du. Da ist ein großer Zombie auf dem Rathaus, Candy. Wichtige Rüstung, wichtige Rüstung, weiter geht. Ich bin für abvolle Rüstung. Was ist das denn? Mauer. Äh. Oh mein Gott. Ah! Boah, da sind richtig viele Lucky. Oh Mann, ey, weiter geht's. Wirklich? Man muss alle aufmachen, ne? Das ist die Regel, das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Was mache ich jetzt hier mit dem Killerkaninchen? Aua! Oh, hier kann ich einen Coin reinwerfen, bitte, Dias. Bisschen gold, ja. Oh, ich habe Potatoes bekommen. Und den hier, den hasse ich. Nein, 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 nein. Der ist übelstark. Oh, oh, der fliegt jetzt. Ja, das ist der, das ist der. Der fliegt jetzt hier rum. Ich gehe schnell hoch, baue die Dias ab. Ich brauche einen Händler und dann habe ich gewonnen. Boah, ich bin OP-Candy. Block habe ich, sehr gut. Block zu Dias. Ah, ja. Was hast du bekommen? Äh, ganz viele Dias und so. Äh, okay, okay, weiter geht's. Oh, oh. Goldene Karotten, wichtig. Fand ich mir irgendwas gekauft. Nein, Flausche hat den Händler bekommen. Das könnte, oh, ich will doch gewinnen, bitte. Ich habe mir was gekauft. Flausche hat den Händler bekommen. Oh Mann, ey. Oh, wichtig. Okay, okay, ich weiß nicht, was der genau bringt. Guck mal, Candy, was ich habe. Was hast du? Ein Drachenei, hä? Ja. Was ist das denn? Das ist einfach ein Drachenei. Ich steuze es an. Es ist wieder hier. Und wer runter ist es gefallen? Wichtig dir? Leute, da sind so ganz viele Eier hochgeflogen. Ich habe 42 Diamanten. Wenn hier ein Händler kommt, Flausche, sorry. Dann war es das, sorry. Ich kille den direkt. Dann, ja. Was hast du bekommen? Ah, Zero Sword. Och Mann, ey. Und noch ein Drachenei. Es sieht sehr, sehr schlecht für mich aus. Das kann, wenn das Flausche mich gleich richtig platt macht. So. Hä, was ist das denn? Mein Haar aufgeräumt. Weiter geht's. Okay. Ohne runterschubsen. Ey, ich brauche einen Händler. Wenn ich einen Händler habe, habe ich direkt gewonnen. Sag ich euch, wie es ist. Ich habe 42 Diamanten. Ich kaufe alles, was der hat. Und dann habe ich komplett gewonnen. Ich habe auch richtig viele Dias bekommen. Hattest du auch so Hühner? Ja. Ja, hatte ich auch gerade. Okay, weiter geht's. Wir sind Lamas. Oh, auf Handys vor mir. Komm, ist hier so ein Lama? Geh weg. Es fällt nicht runter. Aua. So. Nein, ich habe keinen Händler. Hä? Oh, wichtig. Das Schwert bekommen. Wichtig. Ich habe keine Pfeile. Hm, Flauschi, wahrscheinlich wirst du gewinnen. Sag ich dir hart auf hart. Ja? Wirklich? Ich sage dir ehrlich, ja. Das ist eine Kiste, Bücher. Nee, kein Händler. Leute, letzter Lucky Block. Wenn da kein Händler ist, dann muss ich mir Gedanken machen. Okay. Nee, letzter Lucky Block. Stopp. Warte. Hero Swat. Ich habe einen Hero Swat bekommen. Okay. Ich glaube, ich glaube, das reicht. Der letzte Lucky Block hat mich vielleicht gerettet. Jetzt werde ich hier eben einmal. Okay. Feierabend, Feierabend, Flauschi. Leute, schaut mal. Ich habe den Trank und das Schwert bekommen. Das war's. Das war's, Flauschi. Das war's, Flauschi. Trank und Schwert? Ja. Dann kommt es jetzt in der letzten Runde drauf an, wer besser ist. Ich drücke den Knopf und stopp. Du darfst nichts mehr abbauen. Oh, Mann. Das war's. Wir sehen uns im letzten Kampf. Das wird spannend. Das finale Match wird jetzt beginnen. Hier ist es. Und Flauschi, ich werde dich platt machen. Ja, ja. Alles gut. Okay. Meine Taktik ist folgende. Ich hau mir einen Trank rein. Und dann werde ich ein bisschen was benutzen. Okay, Candy. Es geht los in drei, zwei, eins, go. Okay, Flauschi hat schon vorher los. Abgebaut. So. Trank rein, pfeffern. Ein paar Sachen. Oh mein Gott. Okay, okay. So darfst trinken. Jetzt können die das hier verpassen. Nein! Flauschi hat mich abgeworfen. Jetzt trinkt. Ess ich einen OP-Apfel? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott, nein. Das war's. Oh mein Gott, was? Was? Nein, 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 nein. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, ein Herz. Das war's, das war's, ein Herz. Das war's, das war's, ein Herz. Was? Wie? Was? Nein! Ich hatte so viele kranke Sachen. No way, Flauschi hat mich komplett hops genommen. Guckt euch mal hier oben rechts an, wie viele Effekte ich hab. Alter, Flauschi, ich muss sagen, obwohl du gewonnen hast, ich freue mich, denn es hat einer von uns beiden gewonnen. Meine Freundin hat mich in Lucky Block YouTuber OG Version erledigt. Ich würde sagen, hat sich trotzdem gelohnt, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Lass ein Like und ein Abonnent. Ciao mit euch! Buk, 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 bukk! Buk!